Hi Mädels! Hi! Hallo! Hey Leute, ich bin in den letzten Tagen mal in mich gegangen und ich hab drüber nachgedacht, warum ich eigentlich so viel esse. Also ist euch wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, aber ist leider echt so... Wie? Wirklich? Nee, das ist mir noch nie aufgefallen. Naja, jedenfalls glaube ich, dass der Grund dafür ganz tief in meiner Kindheit liegt. Und zwar hat man nur... Hatte ihr das hier gelesen? Laut einer Studie hat die Aggressivität der Leute seit der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Sag mal, geht's noch? Ich schütte euch hier gerade mein Herz aus und du laberst mir mit irgendeiner Studie dazwischen. Entschuldige? Ihr fallt mir doch auch ständig ins Wort, wenn ich was erzählen will. Ja, doch nicht bei sowas. Doch, jetzt weißt du mal, wie das ist. Ey, du hast ja wohl einen Arsch offen. Also jetzt reicht's. Von wegen Kindheitstrauern, du bist einfach nur total, du tust immer so total. Worum geht's? Presse! Die isst nicht zu viel, die trinkt zu wenig. Blöde Pandemie.